ich stelle das bild das erste mal wollen wir mal schauen was uns hier erwartet ich habe es mir noch nicht angeguckt auch nicht bei youtube nirgendwo laut bildern sieht es aus wie freitag der 13 wir testen mal es ist ein gratis wochenende leute wenn ihr bock habt bis morgen eine stunde oder ein tag wenn ich das glaube ich noch bis morgen so wir können motoren ausmachen ja doch ich glaube so was ähnliches habe ich schon mal gesehen jetzt ganz nach freitag der 13 aus hier wir probieren es aus ich weiß es nicht freitag der 13 habe ich auch nicht gespielt wir werden sehen wir werden sehen so die maus ist ganz schön derbe das ist ja la gente da Oje, oje, Leute, das sieht echt fies aus. Die Mub scheint auch nicht so groß zu sein, ne? Obwohl, der Hatter einen erwischt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich machen, Leute? Ich weiß es nicht. Ich verstecke mich erst mal gekonnt. Der läuft da hinten rum. Wir kennen es ja von Babke. Na, immer ruhig sein. Okay. Funktioniert sogar so wie Babke. Auf alt umschauen. Also, Freunde. Fast die gleiche Tastenkammer mit Kombination. Wir müssen irgendwelche Motoren anmachen, wie es aussieht hier. They're right. We're out. Clearly, da was ein Promete. Kurzer. Wir müssen daierduzen, Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und alle geschafft. Super Team. Okay, was kann man jetzt hier machen? 3000... 3000... ... 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